Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich sah sie an, mein Leben hing mit diesem Blick an ihrem Leben. Ich fühlte es wohl und wusste es nicht, doch nispelt ich ihr sprachlos so und ruschte mit den Rosenbändern, da wachte sie vom Schlummern auf. Sie sah mich an, ihr Leben hing mit diesem Blick an meinem Leben und um uns wart im Museum.